Die Welt ist aber größer als nur Programmieren. Die Welt ist größer als nur Technik. Da gibt es auch was ganz Großes und das heißt Politik. Und auch das hat sich eine Mädelsgruppe überlegt. Das ist eine ganz schön wichtige Sache. Manchmal aber auch echt langweilig. Deswegen wäre es mal eine Zeit, um das wirklich spannend und interessant zu machen. Und wie man das hinbekommt, das haben sich Stella, Lilly, Julia und Milena überlegt. Die kommen jetzt auch nach vorne. Einen großen Applaus schon mal. Also unser Projekt heißt Politics isn't Magic. Das ist eine App für so ähnlich wie der war Nomad, nur nicht so langweilig. Jetzt kommen wir zum Inhalt der Präsentation. Also was wir hier überhaupt vorstellen. Als erstes fangen wir an mit dem Überblick. Dann gehen wir über zur Verteilung der Aufgaben. Weiter geht's mit den verschiedenen Storylines. Storyline 1, 2 und 3. Dem Entwicklungsprozess. Einmal ein Dankeschön und zu guter Letzt ein paar Fun- und nach Danke werden wir noch ganz kurz einen Ausschnitt, die dritte Storyline vorstellen. Und dann kommen ein paar Fun-Facts. Also erstmal. Was ist Politics isn't Magic? Politics isn't Magic ist ein interaktives VR-Spiel für Wahlentscheidungen. So. Warum? Also wofür ist das gut? So. Es gibt eine niedrige Wahlbeteiligung. Leute haben einfach zu wenig Zeit, um zu wählen. Und Leute haben keine Lust auf Wahlprogramme. Welche Daten haben wir benutzt? Wir haben Daten vom Wahl-O-Mat benutzt. Dann, wir haben eine Storyline geschrieben. Also mehrere. Und Co-Spaces haben wir benutzt fürs Design. Und ja. Die Aufgabenverteilung war, es gab, wie schon gesagt, drei Storylines. Die erste Storyline ist von mir und Milena. Die zweite Storyline ist von Lilly und die dritte dann von Stella. Und jede Gruppe, sag ich jetzt mal, hat für seine eigene Storyline sich das Design überlegt. Wie wir ja schon erwähnt haben, es gibt verschiedene Storylines. Jetzt, warum es drei verschiedene gibt. Jeder Spieler ist individuell und daher hat jeder Spieler auch einen eigenen Geschmack. Und deshalb können sie zwischen drei verschiedenen auswählen. Und in jeder, wie schon erwähnt, in jeder Storyline sind Fragen vom Wahl-O-Mat enthalten. Und sie sind spielerisch eingepackt. Damit es nicht langweilig ist. Also Storyline 1. In der Storyline 1 geht es um ein Mädchen, das gemobbt wird, weil sie Anime mag. Eines Tages wird sie dann in ebenso eine Anime-Welt gezogen und dort entführt. Nun muss die Fragen beantworten, um zu entkommen. Hier sieht man einmal ein Bild von der Landschaft und wie das Mädchen da halt beleidigt wird. Und hier sieht man den Code, den wir geschrieben haben für... Damit sich die Leute halt bewegen. Bei mir ist das so, dass ein Mädchen in einen Laptop reingezogen wird, weil sie ein Virus halt drauf bekommen hat. Und dann wird sie halt in eine Welt reingezogen und muss halt Entscheidungen treffen. Soll sie jetzt A oder B wählen, sag ich jetzt mal. Und sie kommt halt in verschiedenen Welten rein. Wenn sie zum Beispiel A drückt, dann geht sie in diese Welt. Aber wenn sie B drückt, kommt sie in eine andere Welt rein. Ich habe auch hier unten den Code geschrieben. Manchmal wurde es ein langer, manchmal kurzer. Und da oben habe ich auch schon ein Teil zum Screenshot gemacht, damit ich halt was zeigen kann. Jetzt ist die dritte Storyline, die von mir geschrieben wurde und auch designt wurde. Es geht um eine Roboter-Apokalypse, wo Menschen Roboter erfunden haben, um die sehr humanoide Roboter. Und diese denken, sie sind was Besseres und deshalb übernehmen sie die Welt. Und die Menschheit wurde ausgerottet und es gibt nur noch ein paar einzelne Überlebende. Und diese sind versklavt. Ich weiß, hört sich sehr brutal an. Der Spieler ist einer der letzten überlebenden Menschen. Und dieser muss sich halt mit seinem Roboter-Freund, der ein guter Roboter ist, und seinem Roboter-Hund ein kleines Abenteuer und viele Hürden überwinden, um halt zu überleben. Und da sind halt auch die Fragen von Valomat wieder eingebunden. Hier sind auch wieder ein paar Bilder. Einmal die erste Szene im Park. Warum es Menschen sind? Es gab keine Roboter zum Animieren. Deshalb musste ich einfach Menschen benutzen. Ganz schön doof. Und dann einmal einer der längeren Codes von einem Charakter. Und ja, das war es eigentlich so. Unser Entwicklungsprozess war, dass wir zuerst mussten wir überlegen, wie die Storyline aussehen soll. Dann haben wir, wie schon gesagt, Co-Spaces benutzt, um Animationen, Designs und Figuren hinzuzufügen und unser Spiel zu entwickeln. Das haben wir für die VR-Brille entwickelt. Und dann hatten wir halt ein Spiel. Ein Dankeschön an Claudia und Jasmin. Die haben uns sehr geholfen und sehr viele Tipps gegeben. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Außerdem, hier ist einer der gebauten VR-Brille auf dem schönen Alpaka dort. So, jetzt gehen wir mal zurück. Wie kann ich denn jetzt zurück? Warte. Escape. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. Ja, es funktioniert. Okay. Also, hier sieht man, jetzt wird die zweite Storyline, die von Lily entwickelt wurde, wird jetzt abgespielt. Das ist nur, äh, ich sag jetzt mal, das erste Level. Es ist das erste Level. Oder es ist... Ja, das ist das Vorspiel. Ja, das ist das Vorspiel auf jeden Fall. Okay, ja. Muss ich was dazu sagen oder könnt ihr das alle lesen? Also, da steht, dass sie ein Virus auf den Laptop gedrückt hat und dann hat die halt den falschen Topf gedrückt und dann fragt die sich, was passiert hier. Und jetzt wird die halt in den Laptop reingezogen. Jetzt ist sie halt in einem Dschungel und ein Fuchs sagt ihr halt, ja, hallo. Und die fragt sich halt, hä, warum können die Füchse sprechen? Und der Fuchs will es ihr nicht erklären und sagt, du musst halt keine Zeit, du musst schnell aus diesem Spiel raus und folge dem Pfad. Sie will aber, dass der Fuchs es ihr erklärt und dann sagt der Fuchs, nein, ich muss los und sagt dann einfach tschüss. Jetzt hat sie es halt geschafft und das erste Hindernis übergeben. Das ist halt Level 1. Hier hinten ist halt die Truhe und jetzt kommt die erste Frage. Sollten 16-Jährige schon wählen dürfen und dafür, also wir fragen jetzt mal das Publikum, was würden sie wählen? Würden sie sagen, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu? Melden. Wer ist für ich stimme zu? Das sieht eindeutig für die Mehrheit aus. Jetzt ist sie in einer Zwischenwelt und das ist voll cool und da sieht sie auch schon die nächste Frage, die da kommt. Und sollte es mehr Platz für Flüchtlinge geben? Also einmal aufzeigen, wer ist für stimmt oder ich stimme zu? Das sieht auch wieder wie die Mehrheit aus. Und jetzt ist sie halt hier und da steht halt, ja, ich habe es geschafft und die wird jetzt halt über den Baum sehr schnell drüber gehen. Und das wird halt sehr schnell gehen und damit die nächste Frage kommt. Sollten wir Mädchen in Coden mehr fördern? Stimmt. Nicht? Wer ist dabei? Yay! Yeah, die ganze Zeit stimmt. Ist doch gut so. Ja, im Prinzip. Stimmt. Wir haben einmal Aktion. Puh, das war aber komisch. Das will ich nicht mehr erleben. Aber trotzdem, die Fragen waren cool. Waren die Fragen cool? Jetzt kommt noch eine und sage, ich hoffe, dir hat das Spiel gefallen bis zum nächsten Spiel. Und dann habe ich hier, möchte ich euch noch ganz kurz erklären, habe ich ganz viele kleine Details gemacht. Deswegen schweben die auch ein bisschen in den Schränken, weil davor war das alles leer und ich musste es alles einräumen. Noch nicht fertig? Nein. Einfach nein. Genau, der letzte Move. Warte, oh mein Gott, warum? Was wollen die jetzt von mir? Jetzt, okay. So, zu guter Letzt kommen wir zu ein paar kleinen Fun-Facts. Unser Tisch, unser Arbeitstisch war das reinste Chaos. Es sah aus, als wäre da eine Bombe explodiert. Aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, ihn dort zu programmieren und alles drauf zu kriegen. Genau, Kreativität braucht Chaos. Wir haben in den Zwischenzeiten, wo wir halt Pause mal machten und nicht die ganze Zeit auf den Laptop gestartet haben, wie sonst was, sind wir löten gegangen und haben Ketten gelötet. So wie die hier. Die hat nur gerade keine Batterie. Und dann haben wir halt auch noch so eine VR-Brille bekommen. Und ja, und jetzt erklär mal dein Monster. Also, als wir Freizeit hatten, wollte ich natürlich nicht einfach nur rumsitzen und nichts machen. Da habe ich mir mal ein kleines Monster überlegt, was ich gebastelt habe. Und ja, und ich habe die VR-Brillen verschönert. Ja, kann man als Handyhalter benutzen. Hier. Ja. Und wie schon erwähnt, waren wir auch bei den Supercomputern. Das sieht man oben rechts. Einen kleinen Ausschnitt, so sahen die aus. Ziemlich komische Kästen. Das ist ein Computer. Jetzt ist es Zeit. Nein, das war das.